Da ist wieder so ein Speedrun, ne? Das ist so krank, Alter. Das ist so krank, Alter! Die müssen das einfach auswendig lernen. Holy shit! Was macht er da? New Splitgate Best Highlights and Funny Moments. Ihr kennt es vielleicht noch damals aus den Fortnite-Zeiten. Gab es auch immer solche Highlights. Das wurde mir vorgeschlagen. 180.000 Views. Ich bin gespannt, was es so für Funny Moments gibt bei Splitgate. Ich habe es ja auch jetzt einige Zeit mal gezockt. Es macht auch Bock. Letztens habe ich es erst wieder gespielt. Vielleicht spielen wir später noch eine Runde. Müssen wir mal gucken. Aber wir schauen jetzt erst mal rein bei Splitgate Funny Moments. Rein in die Eure. Ich bin gespannt. Vielleicht lernen wir ein paar geile Plays oder sowas. Let's go. Leave a Like! Leute, bitte lasst mir auch ein Like da, okay? Bam! Digga, das ist doch mein Clip, oder? Hä, warum nehmen die einfach mein Clip? Okay, ist doch nicht mein Clip. Als ob ich zweimal daneben geschossen hätte bei dem Easy Clap. Weißt du? Boah, ich bin echt gespannt, ob wir was lernen. Holy shit! Oh! Did you see that? Did you see that? Am Clip in the... Hey, Junge, was sind das für Pros, Alter? Die machen sogar ihre Portale weg, oder was? Oh, ein Triple Kill mit einem Schuss. Boah, Railgun ist schon strong. Yo! Yo! Zweimal Double Kill hintereinander! Holy shit! Oh, Boss, ey! Okay, sind schon geile Clips dabei, auf jeden Fall. Das ist ranked. Der Zock gerade ranked. Oh, Fast Hops genommen. Oh mein Gott! Ich weiß jetzt nicht, wie er das andere Port da weggemacht hat. Ach so, er ist reingesprungen. Hat dann sein gelbes Port weggemacht? Nein, er ist ins gelbe reingesprungen. Hat sein altes, lilanes Port weggemacht? Holy shit! Ich check nicht mal, was er da gerade angestellt hat, ne? Da ist schon wieder mein Clip, Leute. Schau, solche Sachen liebe ich halt an Splitgate, ne? Das ist so ein geiles Game. Du bist hinter der Wand, du machst ein Portal hinter dir und gibst ihn in die Schnauze rein, Alter. Mausrad drehen, glaube ich. Dann geht Portal weg. Ah, nee, aber man kann es auf Mausrad drehen belegen, Alter. Das ist eine gute Idee. Das ist so krank, Leute. Da kann man ja so Splitgate-Speedruns machen, ne? Und die müssen einfach hier durch die Map rennen und die Kugeln einsammeln. Das ist so heftig. Und er nutzt halt die ganze Zeit seine Portale. Holy shit, man! Er nutzt halt die ganze Zeit seine Portale, um von der einen Seite zur anderen Seite zu springen. Holy shit, man. Das ist richtig gut. Ich habe mal einen Run gemacht. Ich habe drei Minuten gebraucht. Wunderspiel auf Controller. Auch ganz entspannt. Der kriegt doch die Schnauze. Der ist auch wieder ranked. Die springen gerade wieder ranked. Dead und... Bam, Junge! Strong, wie kriegt er diesen Hammer, Leute? Kann man den auch aufsammeln, wenn er ranked? Oh, auch aufs genommen. Der ist auch wieder ranked. Oh, der Klatsch, Alter. Let's go, Baby! Ey, aber ich muss sagen, ich vermisse so ein bisschen die 500 EQ-Moves hier in dem Video gerade. Es sind schon gute Plays dabei, aber es sind jetzt nicht so kranke 500 EQ-Plays. Weil solche... So ähnliche Plays habe ich auch schon gehabt. Oh, schön Double Kill. Mit einem Schuss. Es sind halt solche... Nochmal Double Kill. Holy shit. Okay, Gun Game. Er hat bei 4 Kills gestartet. Mal schauen, was für eine Streak er hatte. Ich glaube, ich hatte auch mal... Boah, meine heftigste Streak. Ich weiß nicht, 14 oder sowas. Ganz entspannt. 4 Kills hat er schon. Bam, in die Schnauze rein. 5er Streak. Oh, yo. Okay, das war es schon. Hä, wie viele Kills hat er denn jetzt gehabt? 11. Bro, ich muss meine Clips einschicken. Er hat einfach nur 7 Kills gemacht. Junge, meine Clips ist ja noch besser. Vielleicht sollte ich doch mehr als Blutgate zocken, ne? Bam, in die Schnauze rein. Huh? Chill, lecker Move. Weird Flag. Es ist kein Weird Flag. Es ist einfach die Wahrheit. Ja, wir haben es langsam gemerkt, dass wir liken sollen, ne? Du hast schon 5 Mal eingeblendet, dass wir einen Daumen nach oben da lassen sollen, by the way. Ich glaube, mittlerweile haben wir es verstanden. Hat der sich gerade selber gekillt? Oh, chillig. Oh, chillig. Ich check gar nicht, wo der die ganze Zeit seine Porzeln macht. Ah. Schön Outplate. Er geht die ganze Zeit von links nach rechts für die Gegner. Er geht die ganze Zeit auf die andere Seite. Das ist schon strong, Alter. Da ist wieder so ein Speedrun, ne? Das ist so krank, Alter. Das ist so krank, Alter. Die müssen das einfach auswendig lernen. Holy shit. Was macht er da? GG. GG. Kann ich mal bitte einen GG haben für ihn? Er sagt einfach nur GG. Junge, wenn ich so schnell das gemacht hätte, ich wäre ausgerastet. Komplett. Zeig mir noch, was du kannst. Oh, auf. Ganz entspannt. Der war strong. Der war richtig strong. RIP. Er macht auch Ding. Er rennt um sein Leben gerade. Chilic. Good job. Schön ausgeplayt. Letzter Gegner noch am Leben. Auf. Ganz entspannt. Wieso bin ich da nicht eingeladen? 10.000 Euro Preisgeld, weißt du? Er macht einfach auf entspannten Triple Kill bei den Finals. Chillic. Aber er spielt schon besser als ich, Alter. Richtige Schwitzer. Ich glaube, wenn Splitgate, wenn einfach ein bisschen mehr Content Creator Splitgate zocken würden, oder wenn jetzt einfach Splitgate hingehen würde, aber nur minimal besser, ja, minimal besser als ich, wenn Splitgate hingehen würde und ein paar Content Creator bezahlen würde, so Produktplatzierungsmäßig. Ich sage euch, Splitgate würde Geisteskrank hypen. Real Talk. Es ist so ein nice Spiel. Es macht richtig Bock zu spielen. Vor allem am Anfang. Und ich glaube, das könnte abgehen. Arm und Schiss. Vor allem, weil es auch free to play ist und auf Konsole und auf PC und überall. Junge, aber er hat einen heftigen Killstreak, ne? Oh mein Gott, 25. Hätte auch mein Ding sein können, ne? Check der Boodie. Und tschüss. Ah, ich muss auch wieder Splitgate zocken. Wir zocken später auf jeden Fall auch noch eine Runde. Ja, schon wieder mein Gameplay hier, ne? Zeigen die die ganze Zeit mein Gameplay mit anderen Facecams. Ich weiß auch nicht, was es soll, Chat. Keine Ahnung, was die da anstellen. Aber ich habe ein bisschen mehr 500 IQ-Plays erwartet. Das sind krasse Plays, auf jeden Fall. Aber ich hätte mehr 500 IQ-Plays erwartet. Und tschüss. Oh, die Shotgun ist ab. Oh, Shotgun-Shotty-Sniper-Modus. Kann man richtig schön wie Double-Pump spielen. Müssen wir eigentlich auch mal in dem Video probieren oder sowas, dass wir nur Double-Pump machen mit Shotgun-Sniper. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott hat er die geschittet. Oh, und RIP. Oh, und RIP. Wo gibt es diesen Hammer? Ich will auch mal diesen Hammer spielen in Ranked. Kriegt man den irgendwie besonders oder so? Oh, ein guter Job. Oh, ein guter Job. Ey, aber jedes Mal nur 35 Damage, ne? Die waren schon ziemlich low, die Gegner. Oh, Junge, ciao, Alter. Chat, wir müssen dann auf jeden Fall noch eine Runde Splitgate zocken. Ich krieg so Bock, wenn ich das wieder seh. Und tschüss, Junge. Ja, okay. Ey, die spielen schon ein bisschen besser als ich, ne? Ein ganz kleines bisschen. Aber ich muss noch rausfinden, wo dieser Hammer ist, weil ich würde auch gerne den Leuten mit dem Hammer in die Schnauze reinhauen. Wenn du so ein Video von Fortnite sehen würdest, hättest du auch Bock auf. Das ist immer so. Ist das Free-to-Play? Ja, man, es ist Free-to-Play. Auf PC und auf PlayStation kostet es 25 Cent. Ich habe auch ein Freundes-Code, also wenn ihr noch nicht Level 10 seid in Splitgate, könnt ihr gerne meinen Freundes-Code benutzen. Dann müsst ihr oben irgendwie auf die drei Striche gehen und dann Benutz-, äh, Belohnungszentrale gehen und dann könnt ihr da eingeben E7EL37, glaube ich, ist mein Freundes-Code. Dann kriegt ihr aber kostenlose Splitgate-Coins und vielleicht auch einen Skin. Aber der Skin, keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert. Aber steht zumindest da. Und tschüss. Komm, mach einen schönen Kill, Junge. No-Scope und noch No-Scope. Chilliger Clip. Falls diese Reaction auf YouTube landen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, lasst sehr gerne ein Abo da. Wenn ihr Bock habt, dass ich mehr mit Splitgate zacken soll, schreibt es in die Kommentare und tschüss. Ciao, YouTube. Ach, liken und Komi nicht vergessen, stimmt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.